Und ich war auch noch der letzte, ich glaub's nicht, ich war der letzte Kind, ich glaub's nicht! Einen wunderschönen guten Tag ihr Hübschen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von NoMitBlackSquad auf der Map Brooklyn. Ich hoffe es laggt heute nicht wieder, ich hab jetzt schon zweimal abgebrochen, weil es zu extrem gelaggt hat. Und ähm... Ich... Ich weiß auch nicht, das OBS Studio ärgert mich gerade wieder extrem. Und jetzt geht's schon weiter mit dem Lecken, ich krieg hier ne Macke. Ich krieg hier ne Macke mit diesem Game heute noch, Alter. Ohne Scheiß, Leute, das geht mir in den letzten Folgen so hart auf den Sack, dass das ständig am Lecken ist hier. Ich kann hier nix machen, ich kann hier nix machen, ich kann hier einfach nix machen. Ich weiß nicht woran es liegt. Kein Plan. Mein Ping ist 32, ich weiß nicht woran es ist. Ein Scheißproblem ist womit Blackspot auf die Bomber... ...ein Problem hat. Kann ich euch nicht sagen. Kann ich euch nicht sagen. Kann ich euch nicht sagen. I don't know. Jedenfalls die Map Brooklyn, die hatten wir noch nicht. Ich glaube... Ich hab sie schon mal gezockt. Aber das ist schon echt ne ganze Weile her. Wo ich sie das letzte Mal gezockt hab. Ja, du kleiner Pisser, Alter. Und äh... Ja. Was soll man da noch sagen. Ja, Mann, das gibt es doch jetzt gar nicht. Enemy Contact. Enemy Contact. Ah, jetzt geht's mit den Lacks wenn ich sie so n bisschen. Das geht mal um den Sack. Wenn man das nicht hinkriegt vernünftig, Lack frei wieder zu geben, dann braucht man den Scheiß gar nicht zocken hier. Ich hab jetzt auch die letzten Wochen nur Combat Arms gezockt. Die ganze Zeit. Das freut mich auch mega, dass ich wieder Combat Arms, dass ich da meinen Clan so langsam wieder... ...dampf finde. Und ähm... Aber da leidet mein Spielverhalten hier auf... ...Black Squad natürlich extrem. Weil er ist zwei unterschiedliche... ...betten... ...und natürliche... ...auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen... ...dass man hier am Zocken... ...tab. ...attack Reload. Also das... ...man spielt... ...comment arms anders als Black Squad. Das ist extrem zu merken gerade. Auch wenn man so diese... ...oh, das war gar keiner. Ha! Ich hab auf den Wagenheber geschossen. Da ist keiner. Geht alle hin. Also war das doch nur eine mittelgroße Map. Wie man gesehen hat. Ja, ist klar. Hochgesprungen, mich weggesniped. Gab nur mehr extra Punkte. Gesehen, was? Zu blöd, dass ich keine Nades dabei hab. Sind leider abgelaufen. Ich hab auch viel, viel vor produziert. Das letzte Mal. Von Black Squad. Und das werde ich dieses Mal nicht machen. Also ich werde jetzt allenfalls noch zwei Folgen. Also zwei Folgen. Vor produzieren. Weil das andere ist. Weil ich denke nicht. Das ist voll scheiße hier. Ich drück das. Mein Mausrad. Normalerweise mein Messer. Der zieht das Messer nicht mal raus. Das gibt's auch gar nicht. Das ist das, was mich nervt. Du spielst ein Spiel. Du willst was machen. Ich drück aufs Mausrad. Und der zieht das Messer nicht mehr raus. Ich drück auf. Obwohl genau da mein Messer drinnen ist. Auf dem Mausrad. 18, das geht ja auch. 18, das geht ja auch nicht. Ich drück aufs Mausrad. Aber ich bin nicht. Takt. UAH! Scheiße. Warum ist mein Mausrad jetzt, äh, meine, meine Waffe weg? Das nervt. Nein! Abbrechen. Ich würde kurz in die Einstellung gucken. Steuerung. Tasteneinstellungen. Für mehr Sekunde. Nahkampf. Mausrad. Klick. Ja. Ich klicke mein Mausrad. Er nimmt das Messer, wenn ich in die Hand. Ist das nicht toll? Das nervt. Das nervt. Das nervt. Wisse, Messer in die Hand nimmt weglaufen, bringt nichts, weil Mausrad reagiert nicht. Oder, äh, irgendwas ist noch immer. Ich habe auch gar keine Ahnung, ich werde gleich nochmal gucken, aber so viele Team Deathmatch-Folgen in Black Squad sind es eigentlich auch gar nicht mehr. Wir haben ja jetzt schon 18 oder 19, das müsste jetzt die 19. Folge sein. Ne, die 20. glaube ich sogar schon. Ich weiß nicht, das kann mich gerade auch irren. Ob das, äh... Ach, scheiße. Wie war ich gerade das nicht jetzt? Ne, die 19. Folge ist das jetzt hier. Äh, so viele Maps sind das eigentlich auch, glaube ich, schon gar nicht mehr. Da sind ja schon einige Maps, die wir in Team Deathmatch gezockt haben, die gibt es schon gar nicht mehr. So wie Skyscraper. Warum auch immer die Map raus ist, ich habe keine Ahnung. What the fuck? Ich wusste doch, dass du da stehst, genau. Und ich war auch noch der Letzte, ich glaube es nicht. Ich war der Letzte, ich glaube es nicht. You lost the match. You lost the match, ja, 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 ja. Wir lecken uns das Match zurecht, ist schon klar. Wie haben wir denn gespielt? 12, 18. Hätte besser ausgehen können. Hätte besser ausgehen können. Aber man kann es ja nun leider auch nicht ändern. So, das war es für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der Hoffnung, dass dieses scheiß Glecke jetzt auch endlich mal aufhört bei Black Squad. Und, äh, denn, es nervt. Es nervt, es nervt, es nervt, es nervt, es nervt. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Macht wie ihr denkt. Bis dahin. Ciao.